Sie dachten, 3D-Druck ist gefährlich? Nicht, Liquid Metal Printing von Grob. Egal ob Prototypen, kleine Serien oder Teile mit innenliegenden Kühlkanälen, die so nur additiv gefertigt werden können. Mit der GMP 300 liefert Ihnen Grob das Fertigungsverfahren für Endkontur-Nei-Alu-Teile. Profitieren auch Sie von unserem fast 100-jährigen Maschinenbau-Low-How, vereint mit einer brandneuen, eigens von Grob entwickelten Technologie. Was macht Grob Metal Printing eigentlich so einzigartig? Es sind die rasanten Aufbauraten bei dennoch genauen Bauteilauflösungen und quasi keinem Nachbearbeitungsaufwand. In unserer LMP-Anlage nutzen wir Draht als Ausgangsmaterial. Einfachstes Handling, geringe Material- und Prozesskosten, auch bei nicht komplett gefüllter Baukammer. Sie können die GMP 300 beruhigt in Ihre bestehende Produktionslinie integrieren. Und das nicht nur, weil sie für modernes Industriedesign steht. Kein Metallpulver bedeutet auch, es sind keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen nötig. LMP ist nicht nur eine saubere Sache, sondern auch äußerst flexibel. Durch den TIGI-Wechsler können wir sowohl die Aluminiumligierung wechseln, als auch die Düse tauschen. Das Bauteil kann nach dem Druck direkt entnommen und weiterverarbeitet werden. Ein großer Vorteil von LMP sind die Materialeigenschaften der gedruckten Bauteile. Sie sind spannungs- und einschlussfrei mit einer Dichte von mehr als 99,5% und entsprechen die größtenen Teile. Ob freistehend oder in der Linie, ob für Ersatzteile, Prototypen oder Einzelteile wie dieser Greifer. Mit der GMP 300 sind Sie für alles gewappnet. Schützen Sie Ihre Gesundheit und produzieren Sie nachhaltig.